Ich befinde mich jetzt hier unmittelbar am Brandort. Das ist das Schrottplatzgelände, auf dem es seit einiger Zeit brennt. Die Rauchentwicklung ist nach wie vor enorm. Und wer von einigen Kilometern Entfernung hier auf das Gelände zufährt, der denkt, es würde bei Ikea brennen. Weil es wirklich unmittelbar in der Nachbarschaft ist, aber da kann man Entwarnung geben. Der Schrottplatz befindet sich eben daneben, aber nicht auf dem Gelände von Ikea brennt es, sondern auf dem Schrottplatzgelände. Und die enorme Rauchentwicklung kommt vermutlich zustande, weil dort auch viele alte Reifen gelagert sind. Es sind über 80 Einsatzkräfte inzwischen von der Feuerwehr hier vor Ort, unter anderem natürlich von der Feuerwehr in Karst, aber auch von der Feuerwehr in Neuss und auch von den entsprechenden Nachbarstädten. Und ich bin sicher, so wie es hier ausschaut, wird es auch noch einige Zeit dauern, bis das Feuer hier auf dem Schrottplatz gelöscht ist. Der Schrottplatz befindet sich unmittelbar neben der A57. Dementsprechend kommt es auch dort zu Staus, weil die Autofahrer natürlich schauen und wissen wollen, was da brennt.